In dem Projekt XR Campus wollen wir Lehrenden der Universität Bayreuth die Gelegenheit geben, mit neuen Visualisierungen zu experimentieren. Nicht selten stehen wir vor der Herausforderung, dass bestimmte Inhalte schwer zu zeigen sind oder Studierende sich manches nur schwer vorstellen können. Virtuelle oder augmentierte Realitäten können hier eine Hilfe sein. Mittels VR-Brillen kann man an fremde Welten gehen und in die Situation eintauchen. Mit AR-Brillen oder sogar Smartphones können in die Realität zusätzliche Informationen eingeblendet werden. Technisch ist heute vieles machbar. Zunächst braucht man nur die Idee. Haben Sie schon eine Idee, wie eine neue Visualisierung in Ihrem Fachbereich aussehen könnte? In dem XR Campus Projekt begleiten Sie kompetente Mediendesigner, um eben diese neuen Visualisierungsformen zu entwickeln. Kontaktieren Sie uns und bewerben Sie sich um die Unterstützung durch XR TutorInnen und nutzen Sie das Angebot des XR Labs. Hier sehen Sie einige exemplarische Beispiele, die im aktuell laufenden Projekt Raumfrei für XR in der Lehre entstanden sind. Auf der Website des Zentrums für Hochschullehre finden Sie weiterführende Informationen dazu. Auf der Website des Zentrums für Hochschulles